Ich zeige euch jetzt, wie man einen Irrwicht bezwingt, der die Gestalt annimmt von dem, was sie am meisten fürchtet. Neville, du machst den Anfang. Oh, eigenartig. Er sieht aus wie du. Wie kommt das nur? Ich habe einen kleinen Penis. Das ist... Das ist nicht wahr. Hier, ich kann es beweisen. Okay, das reicht jetzt. Wen nehmen wir denn als nächstes? Weasley? Oh, ich... Ich möchte echt nicht... Komm schon. Nun gut. Ah, eine Spinne. Ein echter Klassiker. Ron hat einen kleinen Penis. Was? Nein, habe ich nicht. Oh, doch. Den hast du. Ist so klein. Okay, wisst ihr was? Jetzt kommt ein Mädchen an die Reihe. Hermine. Nein, 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 nein. Bitte. Ich will aber nicht. Was? So stellt sich Hermine immer einen Penis vor. Sie hat panische Angst vor mir. Was soll ich nur mit ihm machen? Ich glaube, es wird Zeit für einen Aufklärungsunterricht. Für ihn ist es keine Frage, welches Wasser am besten schmeckt. Evian, das offizielle Wasser der CIA. Ganz ehrlich, ich fand Hamilton großartig. Das war zwar kein Ketz, aber gut. Er mit der Kohle! Billy Blanks sagt in die Hocke und Punch! Hocke und Punch! Nicht nachlassen! Los! Hocke und... Au! Punch! Das war's! Wow! Du kannst ja Karate! Nein, das war Taibo! Das habe ich mal von Billy Blanks gelernt. Ich hatte Angst und dann fiel mir alles wieder ein. Halt her oder ihr sterbt! Ich mach das! Hocke und Kick! Zu! Ist nur zu! Hocke und... Kick! Oh! Kick! Fühlst du gerade deinen Puls? Ja, Billy legt großen Wert auf Pausen. Überraschung! Unternimmt doch irgendwas! Mehr Moves hab ich nicht drauf! Vielleicht kann ich euch helfen! Oh shit! Billy Blanks! Wir schaffen das so zusammen! Hocke und Kick! Hocke und Punch! Immer weiter Kick! Und weiter Punch! Danke für deine Hilfe, Billy! Das ist der Taibo, Billy! Können wir dich vielleicht nach Hause fahren? Ach, nicht nötig! Ich wohne hier! Oh! Los, gib mir dein Bäcker dutzend! Ja? Ja mit der Glasur! Glacier mich! Ich bin dein Spritzgebäck! Oh, ja! Du machst mir das Backen kaputt! Gratis-Kokain! Oh, ich bin gerne eine Labormaus! Wieso bekommen die Drogen und ich nur ein Scheiß-Ohr auf meinem Rücken? Ich will den Käfig wechseln! Und nun ändern wir ihre Umgebung. Hey Bock zu picken! Könnt ihr leise sein? Ich kann euch hören! Ich will den Käfig wechseln! Und jetzt piercen wir das Ohr! Halt! Wieso zur Hölle willst du... Oh nein! Was soll die dumme Scheiße? Cooler Ohrring, Bro! Komm doch zu uns! Hier steckt ne Party! Oh, also wenn ich so darüber nachdenke ist dieser Käfig ganz nett! Ich komm damit klar! Kein Ding, ehrlich! Sohn, dein Freund Yellow hat Tollwut! Er muss erlöst werden! Ich mach das schon! Sehr gut mein Sohn, das war bestimmt schwer! Das war total geil! Jetzt bin ich der alte Yellow! Bill, Bill, Bill! Wuff, wuff, wuff! Oh, jetzt hat unser Sohn wohl auch Tollwut! Gib mir das Gewehr! Ich mach das! 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 Ich mach das!